Herzlich Willkommen auf dem Kanal von Scalar 300. Ein jeder kennt den farbenfrohen roten Fliegenpilz, wie er in Wäldern oder an Waldrandern in den Sommer- und Herbstmonaten vorkommt. Man sieht ihn schon in der Ferne leuchten und er bezaubert so manchen Naturfreund. Man sieht ihn schon in der Ferne leuchten. Sein leuchtend roter Hut mit seinen weißen Töpfen vermittelt Eindrücke von der faszinierenden Schönheit der Natur. Der Fliegenpilz steht selten allein und man kann mitunter die verschiedenen Entwicklungsstadien des Pilzes vom Entstehen bis zum fertigen Pilz in unmittelbarer Nähe sehen. Der Fliegenpilz steht selten allein und man kann mitunter die verschiedenen Entwicklungsstadien des Pilzes sein. So mancher Bildsammler und Naturliebhaber hält diese faszinierenden Eindrücke und Impressionen fest. Und er freut sich dann bei schlechten Wetter an der Schönheit und Gestalt der verschiedenen farbenprächtigen Pilze. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke für Ihr Interesse. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke für Ihr Interesse. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke für Ihr Interesse. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke für Ihr Interesse.